Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne dir vier unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme zeigen. Ich hatte jetzt schon einige Videos zu diesem Thema gemacht und ich plane übrigens noch viele, viele mehr zu machen. Einfach nur aus folgendem Grund. Es gibt so viele Wege, online Geld zu verdienen und über die letzten Jahre habe ich wirklich akribisch festgehalten, welche Wege es gibt, welche Wege sich lohnen und welche Wege sich nicht lohnen. In den letzten Videos habe ich immer so ein bisschen angedeutet und hatte zum Beispiel gesagt, dieser Weg lohnt sich, dieser Weg lohnt sich nicht. Für die kommenden Videos werde ich dir eine ungefähre Schätzung geben, was ich glaube, wie viel du mit diesen Einkommenströmen verdienen kannst. Ich möchte dir auch ungefähr sagen, wie viel Zeit du investieren musst und vor allen Dingen möchte ich auch nochmal auf ein paar Risiken und vielleicht auch ein paar Vorteile von diesen Plattformen hinweisen. Es soll vor allen Dingen hier in diesem Video wieder um vier Plattformen gehen. Ich möchte mit dir auch ein bisschen in die physische Welt übergehen. Wir werden uns drei Plattformen anschauen, die halt nur online sind, ganz klar. Aber es gibt auch eine Plattform, wo man praktisch das Ganze ein bisschen mixt und wo man sagt, okay, man hat halt die Zahlungsanwicklung und so weiter online, hat dann aber eine physische Aktivität. Worum es sich genau handelt, das zeige ich dir gleich. Fangen wir mal an mit der ersten Plattform, dem ersten Einkommensstrom. Und dieser ist Voices.com. Und ich denke, es ist relativ selbsterklärend, worum es hierbei geht. Klar, es geht um deine Stimme. Voices.com ist eine Plattform, wo du als Narrator, das heißt praktisch als Sprecher für andere Leute, arbeiten kannst. Und das reicht wirklich von solchen Dingen wie, sagen wir mal, Audiobücher aufnehmen, bis hin zu Werbespots, bis hin zu Podcasting oder zum Beispiel das Sprechen für ein Video, für zum Beispiel Zeitungen, die auch online digitalen Content produzieren. Das können jegliche Art von Werbevideos sein, von einem kleinen Tante-Emma-Laden bis hin zu großen Corporations, zum Beispiel Applebee's, das ist eine große Kette in den USA, die zum Beispiel arbeitet auch mit Voices. Und viele, viele andere große Firmen werden dich hier anstellen, wenn du praktisch eine gute Stimme hast. Es ist natürlich so, dass vor allen Dingen hier englisches Klientel vorliegt. Das heißt, du solltest halt sehr gut, wenn nicht sogar perfekt Englisch sprechen können. Es gibt, soweit ich weiß, derzeit auf Voices.com noch keine Person, die tatsächlich deutschen Content gewinnbringend abliefert. Sicherlich gibt es vielleicht ein, zwei Leute, die angegeben haben, dass sie praktisch auch Deutsch sprechen. Aber eigentlich handelt es sich hierbei um eine amerikanische Plattform, also eine US-amerikanische Plattform, wo du also Englisch sprechen können solltest. Wenn du eine gute Stimme hast, ist das auf jeden Fall eine interessante Einnahmequelle. Ich würde es aber grundsätzlich nicht als Haupteinnahmequelle sehen. Nämlich, ich kenne eine Person, die arbeitet über Voices.com, die arbeitet auch als Narrator, das heißt als Sprecher über ACX, nämlich auch nochmal eine Plattform, wo du halt online deine Stimme, sag ich jetzt mal, verkaufen kannst. Und der meinte zu mir, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, sich auf eine Plattform zu verlassen, weil du halt immer davon ausgehen musst, dass die Plattform an sich entscheidet, wie viel Traffic du bekommst. Nämlich, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du bist auf Voices.com und lädst dort so ein kleines Test-Audio hoch und du wirst nicht gefunden, das wäre schade. Genau deswegen sagt man halt, gut, man fokussiert sich nicht auf eine Plattform, sondern auf mehrere. Heißt, wenn du zum Beispiel deine Stimme verkaufen möchtest, das heißt, wenn du für andere Leute Clips aufnehmen möchtest, Audios aufnehmen möchtest und so weiter und so fort, dann würde ich dir empfehlen, einen Mix zu starten aus Voices und, also Voices.com und ACX, dass du also praktisch diese zwei Einnahmequellen hast. Und es ist grundsätzlich auch in diesem Falle nie schlecht zu sagen, gut, dann publiziere ich auch nochmal eine Dienstleistung oder ich erstelle einen Gig über Fiverr oder über Upwork, dann hat man halt hier schon mal vier unterschiedliche Einnahmequellen. Genau, Voices an sich funktioniert einfach ziemlich einfach. Du loggst dich ein, lädst deine eigene Audio-Datei hoch, ein kurzes Sample, beschreibst, was du für eine Art von Stimme hast und vor allen Dingen auch, wie alt diese Stimme klingt. Es gibt zum Beispiel einige Leute, die vielleicht in ihren 30ern, 40ern sind, die aber eine Stimme haben, die vielleicht sehr alt klingt, sehr erwachsen klingt und da, wie gesagt, wirst du nochmal so ein paar Dinge ausfüllen müssen und dann kriegst du halt Jobs von Leuten, von Firmen, die nach guten Stimmen suchen. Dann eine weitere Plattform nennt sich Q-Kids. Bei Q-Kids unterrichtest du Kinder online, das sind chinesische Kinder und bei Q-Kids ist es so, dass du zumindest einen Bachelorabschluss brauchst. Du musst also praktisch schon mal an einer Uni gewesen sein, egal welcher Bachelor. Das heißt, du kannst Mathematik studiert haben, du kannst BWL studiert haben. Das ist vollkommen irrelevant. Wichtig ist einfach nur, dass du praktisch einen Bachelor hast und dass du, wie gesagt, sehr, sehr gut Englisch sprichst. Natürlich liebt es Q-Kids, wenn du aus einem Land kommst, wo Leute, sag ich jetzt mal, Englisch sprechen, sei es zum Beispiel Großbritannien, sei es zum Beispiel Südafrika, sei es zum Beispiel Amerika, Kanada und so weiter und so fort. Wenn du, wie gesagt, gutes Englisch kannst, hast du hier sehr, sehr gute Chancen, angenommen zu werden, weil es ist natürlich so, dass diese Plattform nach Leuten sucht, die möglichst hohe Qualität abliefern können in englischer Sprache. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nur so la la Englisch sprechen kannst, dann würde ich diese Plattform nicht empfehlen. Nämlich, was genau macht man über Q-Kids? Über Q-Kids bringt man chinesischen Schülern Englisch bei. Und du erhältst bis zu 25 Dollar die Stunde, was natürlich wirklich ganz ordentlich ist und vor allen Dingen kannst du halt arbeiten, von wo auch immer du möchtest. Ich persönlich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan von dieser Firma Q-Kids, übrigens auch, weil ich tatsächlich die Firma ganz gut kenne, weil ich ja früher in China gelebt hatte und Q-Kids hat auch einige Offices in China. Und Q-Kids an sich finde ich vor allen Dingen sinnvoll, weil du halt deinen Job überall mitnehmen kannst. Das heißt, du kannst Kinder, sag ich jetzt mal, vom Strand in Thailand unterrichten oder halt von, weiß nicht, in den Alpen in der Schweiz oder du kannst praktisch die Leute unterrichten, wenn du auf dem Boot bist und WiFi hast. Es ist komplett egal, wo du praktisch bist. Also das wollte ich einfach damit sagen. Du kannst jederzeit Geld verdienen und nicht vergessen, zum Beispiel nehmen wir mal an, du unterrichtest Kinder für vier Stunden am Morgen. Sagen wir mal, du stehst auf um, weiß nicht, 8 Uhr, machst von 9 Uhr bis 13 Uhr, unterrichtest du Kinder für vier Stunden, kriegst 25 Dollar die Stunde, hast du 100 Dollar am Tag verdient. Wenn man das 30 Tage im Monat macht, dann natürlich hättest du 3000 Dollar damit im Monat verdienen. Und das ist dann doch ganz schön nett für gerade mal vier Stunden Arbeit am Tag. Dann die nächste Plattform, die ich dir vorschlagen möchte, heißt TakeLessons.com. Und TakeLessons ist tatsächlich, ja, nicht eine Plattform, wo es nur, sag ich jetzt mal, darum geht, irgendwelche Online-Stunden anzubieten oder irgendwelche, ja, Lektüre oder in Form von Videos anzubieten. Also es geht nicht unbedingt darum, Online-Kurse zu erstellen oder ähnliches, sondern es geht praktisch darum, Leute gesanglich auszubilden. Das heißt, es ist eine Plattform, wo zum Beispiel eine andere Person, die gerne singen lernen möchte, praktisch eine Stunde zum Beispiel mit dir buchen kann. Und dann gibt es halt diese Live-Singing-Lessons und du kannst dann halt den Personen oder dieser einen Person beibringen, wie man singt. Also ich bin, wie gesagt, kein Experte, was das Ganze angeht. Ich habe eine ehemalige Freundin in der Highschool, die hierüber ganz gutes Geld verdient. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, um davon zu leben, aber es ist definitiv eine Plattform, worüber du Geld verdienen kannst. Es ist vor allen Dingen eine Plattform, wo du halt englisches oder amerikanisches Klientel hast. Das heißt, du müsstest hier auch wieder sehr gutes Englisch sprechen können, um hier unterrichten zu können. Alles andere macht keinen Sinn. Aber wenn du, wie gesagt, gut singen kannst und vielleicht sogar eine ordentliche gesangliche Ausbildung hast und Leute etwas beibringen kannst in diesem Bereich, dann natürlich ist diese Plattform hier für dich, takelessons.com. Und dann schauen wir uns nochmal eine vierte Plattform an und diese hier finde ich persönlich sehr interessant, weil ich im Echtzeit auch schon diese Dienstleistung wahrgenommen habe, nämlich Airbnb Experiences. Also Airbnb Experiences, für alle die Leute, die es nicht wissen, ist praktisch ein Teil von Airbnb. Nämlich Airbnb ist ja diese Plattform, wo du Ferienwohnungen, sage ich jetzt mal, mieten kannst, überall auf der ganzen Welt. Und Airbnb hat sich natürlich auch ein bisschen erweitert. Und was jetzt praktisch Airbnb macht, oder schon seit einiger Zeit, ist, sie bieten Entdeckungen, beziehungsweise im Englischen Experiences an. Was das heißt, ist folgendes, nämlich du kannst zum Beispiel Städtetouren buchen, du kannst kulinarische Dinge, also zum Beispiel eine kulinarische Tour buchen, du kannst eine geschichtliche Tour buchen, du kannst zu Konzerten gehen und so weiter und so fort. Und da gibt es halt Leute, die diese Dienstleistung anbieten. Und diese Dienstleistung wird dann praktisch über Airbnb gehostet und Leute können dann diese Dienstleistung buchen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, du lebst jetzt in der Metropolregion, sei es zum Beispiel Berlin, München, Frankfurt oder wo auch immer, und du möchtest einfach, ja, dein Hobby zum Beruf machen und Städtetouren machen, dann kannst du natürlich, wenn du die genügend Reichweite hast und genügend Kunden hast, zum Beispiel mehrmals die Woche, wenn nicht sogar täglich, Städtetouren anbieten, unterhältst du dann, sag ich jetzt mal, pro Person 20, 30 Dollar, wenn du jedes Mal vielleicht 2, 3 Leute oder 5 oder 10 Leute dabei hast, kann sich das Ganze ganz schön lohnen. Ich weiß von vielen Leuten, die Airbnb Experiences nutzen, dass es nicht so leicht ist, viele Leute zu bekommen und dass sehr, sehr viele Leute, die halt hier auf Airbnb Experiences hosten, eher damit kaum Geld machen, weil es halt schwer ist, viele oder genug Leute täglich reinzubekommen. Bloß wenn du halt eine richtig, richtig coole Experience hast, dann bin ich mir sicher, kannst du auch in großen Metropolregionen viele Leute dafür gewinnen. Ich kann, wie gesagt, nichts versprechen. Ich glaube nicht, dass du so schnell davon leben kannst. Aber gut, das war es nun hier für dieses Tutorial. Vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren könntest. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann geh doch gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coachingprogramm. Danke und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.